ich bin mit dem der ab wie mit mit dem in dem mit der der löschen guten tag und wegen der nächsten video und während der video muss ich etwas sagen leute ja das war ein lucky block öffnen also was ich sagen will leute es werden jetzt öfters video kommen weil leute mein bruder ihr wisst leute das ist ja das wusste sie gar nicht aber ihr wisst es jetzt denn leute ich habe ein bruder und jetzt gerade mal was mein bruder mir gemacht hat er hat mir bei youtube geholfen dass ich videos schnell hochladen kann und ich weiß es ist nicht gerade ein wunder aber leute das ist immerhin besser als die 23 tage zu warten bis wieder ein video kommt jetzt könnte ich jeder jede viertelstunde kann ich ein video hochladen vorhin war das der fall dass die ein tag oder zwei tage warten musste bis ein video kam aber jetzt nicht mehr diese diese zeit ist jetzt vorbei jetzt kommt jedes mal also nicht jedes mal aber wird ich mache jetzt zwei bis drei videos pro tag also weil leute das video schneiden und alles bei dem dauert es mir bei mir eigentlich nicht so lange wie lange würde es dauern bis ein video geschnitten ist fertig also kommt darauf an wie viel dass ich einfügen muss die soundeffekte und so so die aber sonst habe ich zwischen irgendwie zehn bis 15 minuten und dann dauert bloß auch das thumbnail dauert noch etwa fünf minuten das heißt in 20 minuten ist das gesamte video fertig ja und ich wollte sagen ja da kann mein bruder dass du mir geholfen hast bis der beste und ja aber ich will nicht viel über mein bruder reden weil wir müssen wir müssen auch natürlich auch konzentrieren so ouch ouch so du bist weg schon wieder anschaut ok ja dann paar tränke können wir immer gebrauchen so ich hoffe es greift mich einfach niemand an denn das wäre nicht zu klug weil leute ich habe zwar gute rüstung aber aber ein schlechtes schwert hat macht nur 5,25 attack damage und leute ihr wisst wie schlecht 5,25 attack damage ist dennoch ein goldschwert kann ich die was gegeben der könig von kraft attack ok ein stick das werfen wir mal kurz weg das nehme mit und die darf ich dann wohl dafür auch mit dem da weg mit dem pflaster stein leute habe ich die erlaubte so mein bestes schwert zu kriegen aber moment leute ich muss mal kurz da der string wegwerfen so die feuerblume brauche ich nicht emerald block wie wir immer mit so dann leute denn ich mache mir jetzt am besten schwert und eine bessere güste feuerzeug braucht nicht so dann habe ich vorschlagen wir machen und das hier und dann das sagt sagt so und ein diamantschwert so und dann würde ich mal sagen noch entschauen dann entschalten wir das noch auf schärfe ja gut okay wir haben nur schärfe gekickt ja immerhin etwas diamonds die nehme ich wieder mit ich will mir ich habe mir nämlich nicht der helm gekauftet der helm entscheidung ja das war es schon mal mit dem ganzen diamanten so und dann würde ich sagen das hier und dann das hier und dann die brustpanzer protection ja okay kann man kann es nicht mal können so dass weg hier das ganze steinzeug hier weg so sticks kann ich immer gebrauchen schuhe brauche ich nichts aber ich nehme sie trotzdem mal mit man kann ja nie mal weiß ja nie oh ja dann wird ja am breaking ist jetzt ist es ist jetzt nicht so gerade wenn sie noch darauf gestalt wäre die protection also wenn es jetzt protection drei oder vier wäre dann hätte ich mir das gegönnt aber oh gott oh gott ja gut okay dank oh fuck fuck alter no 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 you don't do this okay just don't do this to me okay just hey hey geh weg da geh weg und reckt schnell noch mal gold abfließen was hatte denn der alles eine spitzhacke schuhe verzauberte schuhe das kann ich gebrauchen weg da mit den schuhen verfluchte trank brot emerald block kann ich nicht gebrauchen überprüfen ob jemand kommt nein jetzt schon mal gut briggs kurde spend mein ganzes nichts vor habe ich da die schuhe ja die schuhe habe ich erhalten ja okay ja gut was ist das für ein schwert scheife 3 ja rest in peace dass ich sagt ist die voll oft wir haben ein scherfe 3 schwert leute wir brauchen das schärfe ein schwer gar nicht mehr so und das ist das ist ich habe leider keine levels ist so eine ender perle ist nichts können wir werfen nehmen wir als rettung oh gott da ist einer da ist einer da ist einer geh weg nein da würde mich runter schubsen nein das machst du jetzt nicht nein 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 geh weg da weg damit weg mit dir los gg Leute wir haben die erste runde direkt gewonnen und ich habe die ganze zeit auf mein handy geschaut ja gut und wir sind schon wieder auf der map youtube aber das will aber das macht ja nichts wir haben da zum glück ja wieder gutes equip da und tak 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 dann haben wir das schwert und diese spitzhacke und die axt natürlich ich glaube ich nehme dieser weil ich habe jetzt gerade eine diamante zu entdeckt ah du bist ja ja edgar kann ja nie schaden der gibt uns nämlich diamanten und wir brauchen diamanten um ein bisschen bessere rüstung und schwerte zu kraft ist ja auch glück kommt schon jemand ich hoffe nicht ich habe keine schaufel okay so dann den diamanten hier nehmen den hier und das ist eigentlich eisen aber ja und das kann ich gut gebrauchen natürlich nicht mehr auf kurze täglich ist er hat erster der ende perl und ich weiß nicht wieso dass ich hätte schon die der englisch labere keine ahnung keine ahnung ja dann nächsten mal da kurz die kleine ender perle hier und ich habe und ich habe na gut warte mal einmal mehr kurz Leute ich nehme mal kurz das hier so und ja ein diamant hämmer halten sehr schön das gefällt mir und ein diamantbrustpanzer mit oh das nehme ich ja weil wir haben schon einen diamantbrustpanzer und ich glaube wir brauchen ein besseres schwert ne äh gib pengst darf ich deine schuhe haben ah danke äh 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 ja ja gut so oh ein puffi ein puffi sehr schön weil Leute der ist zibyl hopp der knockback 2 dann wie kann man jemanden richtig hart abfacken äh wenn man nämlich den runter schubst dann warte das ist ein todesstirn ooooh irgendwie auch das sind nochmal diamonds attack das und das ist kettenrüstung das brauchen wir nicht weil wir diamant und eisen haben dann nochmal diamonds ah awesome und das ist ähm eisstern okay dann emerald block wird uns nichts bringen weil wir bei diesen äh bei diesen ähm dings nicht schaffen kann ausdings äh aus emerald kann man nichts kraften und da ist ein dings den gehen wir selbstverständlich auch wieder den töten wir natürlich auch wieder so weil Leute diamonds äh kann ich nicht schaden ja so dann ooooh zwei extra herzen geil okay wooo awesome it's freaking awesome man i love it äh äh machen wir erstmal das 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 da und das da nicht die diamonds wegwerfen das ist ganz böse wenn ich das wegwerfe das braucht nicht machen wir wir brauchen eigentlich nur noch ein paar schüchen äh nimmt das so dann die schuhe hier nehmen und die sexuellen weg äh so und dann können wir uns in die mitte warpen und wo ist die mitte hier äh hier drüben okay äh ich glaube ich würde vorschlagen ich baum mich ein bisschen vor weil Leute es kann seit es die enderpeller verfehlt und ich einfach ins nichts falle ähm kann auch möglich sein so dann dass die mit zwei extra herzen i love it oh nein oh nein 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 ich werde es nicht riskieren Lotte ich will es nicht riskieren weil oh gott ey 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 alles klar dass er sich riskieren da kommt doch her ja und was willst du jetzt wieder mit diesem du jetzt wieder da nein habe ich ein wasser du hast einen der nico getötet oh gott oh gott das wasser ich bin so leute ich bin so blind leute schreibt mal in die kommentare dass ich blind bin ich habe gebrannt ich wäre fast gestorben wenn ich da das wasser nicht gesehen habe und das wasser stand genau hinter mir steak erst mal steak erst mal sich in steak gehen und ja dann dann können wir da wieder oh gott und er ist hier erst mal gesegneter trank trinken was gibt mir das regeneration ok und wo ist er da ist er ist der ok ok ich bin erwarscht ich bin erwarscht ich weiß dass ich mit erwarscht ab gott leute nein 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 okay das tut okay wir haben drei enderperren leute der hat eine dings chestplate gehabt Prozent starten Prozent braucht nicht er ist es blöd ja ich nehme das natürlich heiztrenke sind extrem wichtig Leute wir brauchen das was brauchen wir denn nicht Prozent wir brauchen die Eisdose nicht in zenthal kann ich mich gern und Prozent was braucht sonst noch nicht Prozent beim einem Gott das sehr das sie ja ein Stück da hat es schwächer ähm ich äh 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 okay weißt du was ich mach jetzt einfach da auf so oh ne bessere Schuhe sehr schön ähm heroes boots nehm ich mit da ist oh ok awesome oh my god I take this heiltrank natürlich schnitzel hehehe na gut ich weiß es ist nicht schnitzel aber ich weiß es ist auch nicht so dass ich jetzt gerade auf schnitzel komme verstehen äh ähm so oh nein nein die sind sicher und ich nenne es sind oh god oh nann 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 er hat 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 auch gott da ist jemand da ja ich bin geliefert Leute ich bin geliefert weil der Logo und macht er scheiße gg ja leute wir sehen uns in der nächsten Minute rein 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 okay so geht's gut jetzt ist schon wieder in die dritte Runde und es wird bestimmt ähh Leute, ja wir spielen auf der Map YouTuber mal wieder ähh ja egal, ja Leute ist so beleid dass die ganze Zeit die gleiche webkoppel aber die anderen was die die meine mitspielen wollen das ja und ja wenn die diese map wollen dann spielen wir halt auf dieser map ist auch logisch und ich will eigentlich nicht darum kritisieren so ja oh man wieso nehmen die die ganze zeit diese scheiß map will ich nicht ich will nicht darum kritisieren sondern einfach spielen mit euch weil es einfach spaß macht mit euch zu spielen und also beziehungsweise ich spiele eigentlich für mich aber ihr schaut ja auch zu dann nehme ich da die enderperle also nehme ich das hier dann habe ich doch da eine hose aber ich nehme die kaktus die kaktus ist geiler äh leckt ah jetzt okay ich dachte schon und das ist sogar stärker als ein normales tier schwert so also wenn man das weil man die erschwerten schaden würde dann dann wäre das natürlich auch stärker dass die erschwert weil was 8,25 hat der mensch macht und sie ist ihm kommentiert ja und das ist eigentlich nicht ich brauche mich schon mal und nein warte ich noch nicht noch nicht ich behalte ich behalte meine kaktus rüstung warum dass ich die behalte liegt denn daran weil sie arm breaking 3 und dornen 7 hat dort 7 ist jetzt schon okay weil ich meine der bekommt ihr die ganze zeit schaden versucht mich anzugreifen so zack 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 so da ist schon wieder die kaktus rüstung edgar ja okay ich gebe es zu leute ich mache okay leute okay ich mache jetzt einen links rüstung so eine dia hose das schön von mir aus oh nein oh gott no oh level danke erzählt wohl jemand dass ich in die oh da hinten nein scheiße oh tschüss sehr schön beim zweiten schuss haben wir es gekriegt haben wir ihn gekriegt natürlich hey wo bist du da bist du ja tschüss so so ok ähm ja HALT der hat Eisenschuhe AAAH nehm ich die kaktuss-ähääh kaktusschuhe heh 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 hmm hmm . zack 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 und ein Diahelm, sehr schön, mit Protection A1, das gefällt mir, das gefällt mir ah ok, der baut sich also nicht zu mir, das ist schon mal sehr schön da kann ich also schon mal in die Mitte gehen und ich hab ein oh es ist Retton ah, hier ist es, ok, hab's gewonnen äh, dann äh ja, Kaktus Helm kann weg Goldrüstung brauche ich nicht zahlen 50 Coins, ok, schön zu wissen dann kann ich mir neue Kids kaufen oh, die sind voll, die Leute scheiß auf die Kaktusrüstung ich will die anderen das gehen wir ein bisschen runter, dann runter, 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 so und das ist so nimm das mit ja, na klar of course guys, of course we take this da liegt ein Diablock woop Autsch ah, noch mehr Level zack ähm 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 und dann gehen wir da runter, oh verdammt ich hab zu viel abbauen yeah, ich kann den abbauen, geil oh, ok ähm Leute, das ist, deswegen der OP-Raum Leute ähm, also ich meine, nicht gerade OP, aber Leute, das sind Goldblöcke und Leute Leute ihr wisst, dass das heißt Goldblöcke plus ein Apfel ergibt da ein OP-Apfel Leute, wir brauchen die Goldblöcke ähm, das werfe ich weg, Feuerzeug weg damit ok, ein Apfel, Essig um zu regenerieren und der Kompass behalte ich auch aber die ich brauch das nicht Leute, ich baue es einfach die Goldblöcke ab, weil Leute wenn wir acht Goldblöcke haben, dann können wir eine OP-Apfel machen in, äh, Lucky Wars und Leute, ihr wisst, was ein OP-Apfel heißt das heißt Unbesiegbarkeit außer, äh, jemand schubst uns ins Loch oh, ein Pufferfisch ok, äh, was werfe ich weg äh, ein Pfeil will ich behalten gibt ein Pufferfisch so so und dann da noch wieder ein Goldblock nehme ich auch mit oh nein, uns fehlen ein paar Goldblöcke aber Goldäpfel haben wir immerhin jetzt äh, ich mach das schon mal so äh, ich staple das schon mal ein bisschen äh, ja dann, ähm ich brauch Blöcke äh, oh nein oh nein oh shit oh shit leider da oben ist jemand da ist ein da ist ein Dings ein Lucky Block den nehmen wir auch noch was kriegen wir raus ne Hose, ne Verzauberte nehm ich und jetzt Leute jetzt oh, oh, warte vielleicht sollte ich wo sind meine Goldäpfel hier da warte, vielleicht ich kann noch viel weiter und äh oh, warte wo ist mein Spitz, okay hier Lucky Block ah, noch mehr Tränke ah Gott Goldrüstung weg damit so, braucht doch kein Mensch haha so dann nochmal Lucky Block oh, wir kriegen einen Trank raus äh, was werfe ich weg eine, äh, Eisenachst oh Gott Leute oh pfff okay Lucky Block äh, was äh, was ist das denn OP Schwert äh äh Schärfe so sehr schön ähm ah sie oh wow oh Gott warte da ist er oh Gott oh Gott, das ist jetzt ganz schlecht ouch und tot Gold abfließen sehr schön was hat er denn der, äh äh nette Bubi denn so ja ich nehme jetzt mal Protection 3 was hat er denn der auch noch ist er jetzt sagte ich schon da wäre ein zweiter Power 3 brauche ich nichts ähm ne wäre Unsichtbarkeit so oh nein 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 oh Mist ich habe die Items verbrannt es stimmt ich hätte es wissen sollen wenn ein Blitz eintrifft also einschlägt das die ganzen Items kaputt gehen ahhh Leute ich bin ein Düdel ähm äh dann gehen wir mal da hoch mal sehen was ob es da ja da hat es noch ein Lucky Block mit einer Hose die brauche ich nicht ähm und ich sehe gerade ist er ist er da drüben irgendwo 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 auf einer auf einer Insel hm ne wo ist denn der ein Enchanter ah komm weg damit das brauchen wir doch nicht mehr äh na ok gut ähm stimmt Leute schnell noch die Schuhe noch entschaden das das ist Leben so gut hm ein Schwert äh ein Schwert äh oh Leute das das bedeutet jetzt was gut ist oh Gott nein das ist nicht gut das ist nicht gut du bist weg und du auch so wo ist der wo ist denn der egal Leute wir gehen nochmal runter weil ich glaube soweit ich weiß sollte es äh wo ist der wo gehst du runter äh ah da ist auch ein Lucky Block jeee und da hat es noch diese Items da nehmen wir natürlich auch mit äh Leute einen Moment ich glaube es nein es reicht nicht aus oder wir brauchen noch ein bisschen mehr Gold Leute dann schaffen wir es komm schon tschü tschü haha Alter Leute wir haben einfach mal ähm äh Gott so ist gut okay dann würde ich mal sagen das war's für die heutige Folge ich hoffe es hat dir gefallen gebt ein elastisches Daumen hoch da oder ein elastisches Daumen hoch da oder ein elastisches Daumen hoch da würde ich mich freuen und ja wir sehen uns beim nächsten Mal wieder tschau Leute das ist Vielen Dank. 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 Vielen Dank.